Mit vier Jahren bin ich nach Österreich gekommen, aber ich glaube als ich in Österreich war, war ich fünf. Ich weiß nicht ganz genau. Die Erinnerungen sind verschwommen. Manche kenne ich, manche nicht. Mein Name ist Hamsat und ich bin 18 Jahre alt und komme aus Tschetschenien. Das, was mich nervt, ist, dass die Leute überhaupt Vorurteile über Tschetschenien haben. Es gibt gute Leute in Tschetschenien, schlechte Leute in Tschetschenien. Es gibt gute Leute in Österreich, schlechte Leute. Wenn ein Tschetschener etwas Schlimmes macht, dann steht in den Zeitungen, oh, Tschetschenien hat das gemacht, Tschetschenien hat das gemacht. Aber wenn ein Österreicher etwas macht, dann steht dort nur, es gab eine Bankausraub. Man weiß nicht, dass es Tschetschener war oder Österreicher war. Unser Ruf geht einfach kaputt, weil die Österreicher denken, wir sind wirklich aggressiv und so. Und es gibt wirklich unter uns die Tschetschener, die aggressiv sind. Für die Tschetschener, die jetzt sich angesprochen fühlen, ihr seht jetzt, was in den Medien überhaupt steht über euch, also über uns eigentlich. Und hört auf mit dieser Scheiße. Ihr wollt ja nicht unseren Ruf kaputt machen. Lasst die Medien Besseres über uns sagen und nichts Schlimmes. In Wien fühle ich mich wohl, weil Wien ist die Stadt, also Österreich ist ein freies Land, sagt man zumindest. Aber nach der Zeit wird es ein bisschen schlimmer und schlimmer. Aber trotzdem, ich fühle mich hier wohl und ich wünsche, dass ich hier noch weiterleben kann und meine YouTube-Karriere weiterführen kann und meine Schule und Matura machen kann und alles machen kann, wie ich jetzt, also alles weiterführen kann, wie ich es jetzt mache. Die Donau wird von jedem akzeptiert und schwimmen dort, fischen dort und fahren mit dem Schiff oder mit den Booten dort herum. Und die Donau fließt in verschiedenen Ländern und jeder dieser Länder, egal welches Land das ist, die akzeptieren, sie machen das genau dasselbe. Ich wünschte, jeder Mensch würde jeden Menschen wie die Donau akzeptieren. Zum Beispiel jetzt, weil wenn es den Menschen angehen würde, wie alt der Mensch ist, woher er kommt, welche Hautfarbe er hat, welche Religion er hat. Ich wünschte, es wäre so eine Welt, wo jeder akzeptiert wird, wie die Donau halt. Und deshalb habe ich halt gedacht, ich filme die Donau. Meine Gefühle, wenn ich die Natur sehe, Freiheit, es ist ruhig, die Vögel zwitschern und man kann halt einfach sich frei austoben. Oder zum Feuer. Ja, jetzt sieht man dich gut, genau. Ja, super. Hey, Bruder Hamzat. Alles cool. Ich war noch nie in einer Hütte, wo es halt kein WLAN gab und keine Steckdose gab. Und ich wünschte, ich hätte so ein Leben gehabt, weil jetzt haben wir das Leben mit dem Handy ist und alle schauen auf dem Handy ist und interessiert, denen interessiert ja nichts, was auf der Welt passiert. Hamzat. Warten Sie noch nicht. Also überhaupt, dass ich hier dabei sein konnte, hat mir auch sehr gut gefallen. Und, ähm, ja, mir hat die Hütte auch sehr gut gefallen. Das war ein neues Erlebnis für mich, wie gesagt. Und das würde ich auch gerne mal öfters machen und nicht nur einmal. Und es hat mir sehr gefallen, dass ich halt hier war. Aber die Möglichkeit habe ich nur wegen meiner Mutter bekommen. Ohne meine Mutter hätte ich diese Möglichkeit nie gehabt. Nur wegen ihr habe ich jetzt die Möglichkeit gehabt, mein Potenzial und mein Talent zu zeigen, dass ich halt gut sprechen kann und gut filmen kann und Videos drehen kann. Und ein, das ist ein nächster Schritt für meine YouTube Karriere und meine vielleicht auch Film Karriere. Hoffentlich. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.